Ja, sehr früh ging es heute los, bin um drei Uhr aus dem Bett gestiegen. Ich habe jetzt das Ganze obligatorisch über mich ergehen lassen und bin jetzt froh, dass wir alles geschafft haben. Ich glaube auch, dass Berlin die Möglichkeit hat, die Hertha in den nächsten Jahren etwas Großes aufzubauen. Ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre können schon in eine gute Richtung gehen, wenn hart dafür gearbeitet wird und wenn überlegt gearbeitet wird. Ich will gerne meinen Teil dazu beitragen und freue mich, dass ich jetzt morgen loslegen kann. Ich glaube, in der Saison wird es ganz wichtig sein natürlich, dass wir uns schnellstmöglich unten rausarbeiten, von unten entfernen und natürlich versuchen, guten Fußball zu spielen. Für die nächste Zeit, für die nächste Saison will ich jetzt gar nicht so weit vorgreifen, weil ich glaube, das Thema, was wir jetzt haben mit dem Stück weit Abstiegskampf, ist akut. Deswegen gibt es nur volle Konzentration darauf und den Rest wird man dann sehen.